Ja, hi, hier ist wieder mal GoodHD mit Dota 2. Heute mit dem Blotseeker. Gestern mit Putsch. Ja, doch recht gutes Gapen gewesen eigentlich von mir aus. Endgame nachher nicht so stark gewesen, aber anfangs fand ich eigentlich meine Leistung ganz solide. Natürlich probiere ich heute jetzt wieder mit dem Blotseeker hier auch eine gute Show abzuliefern, ein bisschen besser zu reagieren, auf die Helden mehr zu achten. Deren Skills. Aber ich finde wirklich, dass ich mich auch wirklich auch verbessere, von Game zu Game. Man lernt halt einfach nie aus in Dota. Ist einfach so. Dann schauen wir mal mit Spectra oben. Putsch wieder dabei. Ich habe auch ein guter Charakter, also hat mir gut gefallen, als ich mal gespielt hatte. Ist ja bald soweit. Ich glaube, Anfang Januar habe ich jeden Charakter einmal gespielt. Eigentlich wollte ich mit, äh, ich wollte eigentlich ein bisschen junglen gehen, mal schauen. Was, was macht er jetzt da? Macht er nix oder was? Uuua, WTF. Alter. Alter. Sie hat mich geübt. Erstes Blut! Enough, Pilus! Schau, wer ist zuerst! Dein Mittler Tower ist unter Attack. Super, warum haben die das Ding jetzt schon? Bei den Fläden. Mein größtes Blut ist in der Luft. Ich könnte auch lieber, glaube ich, ein bisschen drangeln. So it shall be. I go. Very well. Haha. Haha. As the Twins Direct. Blood fuel. I will drain you dry. I thirst. I grow stronger. I will die. Radiant Courier has been killed. Blood calls to blood. Ja, was soll man dort machen? Also bitte. Da kann er markieren auf der Karte, was er will. Keine Chance. I smell blood. Weg 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 weg. Very well. Ich hätte erst nicht ein Habit davon gemacht. Ich gehe. So it shall be. Naja, keine Chance. Ich muss jetzt immer mal. Schaffe ich auch nicht. Ach, Mist. Zu langsam. Also. See. See. Open your veins. Ihr Ihr blood is mine Your middle tower is under attack Ich glaube, da kommt zu viel Damage rein Das schaffe ich nicht, aber ich könnte jetzt gleich nochmal gucken 20 Sekunden schaffe ich aber auch nicht Die Suche weitergeht Sehr gut Ich smell blood Ich growe stärker Your middle tower is under attack Ich gehe 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 Ja Ja, aktuell bin ich ein bisschen Ja, aktuell bin ich ein bisschen Was machen die denn da bitte Ja. 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 No. No. Ach, das kann es nicht sein, ne? Bisschen Break, ey, der geht ja ab. As the twins direct, so it shall be. I will drain you dry. I thirst. Oh my God, it's so blind. For the raw twins. I grew stronger. Played twins guide me. Yes. Die Ulti muss ich mir ja bei dem echt aufsparen, dass ich die echt dann einsetze, wenn der Gegner schon relativ low ist, weil ich glaube, das macht mehr Sinn, als die Ulti hier gleich entgegenzuknallen. Weil die meisten kennen die Ulti halt schon und bleiben einfach stehen. Dann hast du hier keine Chance. Ja, pusht immer ruhig durch. Wow. Ja, es ist super Sache. Schön, dass jetzt hier gerade zu dritt wieder Leute waren. Hm. Hey, fresh mate! I thirst. I'll grow stronger. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. If you wish. So it shall be. Out for blood. I grow stronger. Out for blood. 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 Wie du möchtest. Blut zu lassen. Wie die Twins-Darek. Hemorrhage. Blood calls to blood. Yes. Your blood is mine. Oh, you're down. Your bottom tower is under attack. You're stronger. The Twins guide you. Dominating. The Twins-Darek. 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 I'm not ready. Me. Umm. Das ist super. Was machen die denn hier unten, bitte? Nice. Hey, coole Sache. Ich finde, es ist mal ein bisschen Action gemacht. Okay. Okay. Your middle tower is under attack. I will bring you drive. Your middle tower is under attack. For the raw twins. Blood fuel. I grow stronger. Enough hide and seek. I strike. Blood calls to blood. I will drain you dry. For the playing ones. I have nothing to do. For the playing ones. For the playing ones. It's the one that's not possible. With the playing ones. It's the one that's not possible. Deine Oberfläche ist unter Attacken. Deine Oberstelle ist unter Attacken. Na raus, schnell, ich brauch's, komm bitte. Schnell. Boah, das kann nicht sein. Wer von denen hat mich denn jetzt gesehen, bitte? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, warum die mich jetzt gerade gesehen haben. Also irgendwie, da hat keiner von denen irgendwas gehabt, um mich aufzudecken. Trotzdem war ich irgendwie sichtbar. Und das war jetzt eben nicht so geplant. 16. Ist das dem sein Ernst, oder was? Ich schreibe. Ich bin stärker. Hemorrhage. Ihr blood ist mir. Ihr top-tower ist unter Attack. Dyer's Strukturen, der enemy's middle-tower hat fallen. Ihr top-tower ist unter Attack. Nein. Aber ich konnte ihn wenigstens weglocken. Kommt jetzt. Jungs, komm, komm, komm. Haut die weg. Nice. Ihr top-tower ist unter Attack. Blood calls for blood. Out for blood. Out for blood. All the rod wins. Blood is in the air. Dominating. This switch continues. Double damage. Das ist hellblau, bist du weg? Nein, da hau ich da ab. Ich werde stärker werden. Radiant Structures sind fortified. So wird es sein. Sehr gut. Ja, die kommen dann vielleicht wieder oben. Also vom Teamplayer sind die wesentlich besser als wir. Nein! Aber ich habe ihn... Ja, ich habe ihn getötet mit meiner Ulti. Los, los, los! Ey, ich mache da gar keinen Schorn auf den Typen! Nein! Nein! Angreifen! Ach... Ich glaube, man sieht auch schon vom Gameplay her, dass unsere Charaktere nicht so gut gespielt werden, wie die der Gegner. Na los, so weit kriegt ihr den noch, ey. Was soll denn das? Ach... Ja, jetzt haben sie es beide. Coole Sache. Gehe ich nochmal ganz kurz hier rein. Ja, und ist auch down, super. Ja. 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 Schreiber! Ja. Ja. Schreiber! Ja. Ja. Die Böden! Ja. Ja. Die Suche weitergeht. Nein, das kann nicht sein. Für Damage kriege ich bitte. Wir waren doch jetzt gerade zu dritt. Gut, wir haben den Tank angegriffen, jetzt mal davon ab. Aber ich verstehe es trotzdem irgendwie nicht. Ja, das nächste Gute ist halt erst Level 21. Ah, okay. Ah. 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 Ich gehe. As you wish. Yes. Hemorrhage. Regeneration. Blaine Twins guide me. Ganz mal zusammen, Jungs, bitte. Vielleicht haben wir ja mal ne Chance. For the flayed ones. Was heißt denn, dass wir schon wieder GG? Ich hab ne Falsche erwischt. Weg, 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 weg. Ey, scheiße. So ein fucking Missclick. Weg, 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 weg... Weg, weg! Weg, weg, weg! Get down get down get down nice Nein, ich konnte Man kann da klicken, was man will Man kommt nicht mehr weg Das ist so der Hammer Ich weiß, dass es wieder aufsteht Ihr Mittel-Berror ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Garekse sind unter Attacken. Deine Garekse hat fallen. und dann geht es wieder ran die blutwurst schade ok war jetzt auf dem deckel Wer läuft denn da jetzt nur rum? Alter, Falter. Nein! Alter, Falter. Alter, Falter. Chills, bring it. Jaa! Haha! Ja, ich muss da mal zurück. alter weil da ist das ein gelaufen geht ja gar nicht eine kopie oder das war das original wie krass ist das denn was noch hier in der fieden sie kom 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 so wie schon I'm under attack Your bottom tower is under attack Scheiße Hä, wo sind denn die nächsten da? Your blood is mine Nein Hä? Äh? Ah ne, schon gut Ich dachte grad mir fehlt nen Item, aber es passt schon Es war grad unnötig, dass er mich so gekriegt hat Ärgert mich jetzt, Gott Ja, zum wievielten Mal? Zum zweiten, ne? Glaub ich Immortality Ja, der ist weg 15 Sekunden, los, 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 los Okay, die Schaden schon zurückzuhalten Your bottom tower is under attack Your bottom tower has fallen Nein Ey Ich hab einfach zu früh... Ich bin zu ungeduldig bei sowas echt Ich hab wieder viel zu früh die Ulti gelust, ja Und... Nimm Bristol back darf man auf jeden Fall nicht stehen Der haut dich so um, also der spielt echt richtig gut Aber ähm... Aber ähm... Razor ist bei uns auch ein richtig guter Muss ich ehrlich sagen Ja Your top tower is under attack Nice Nice Nichts GG, haut sie um Zwei Sekunden You hit me auf Die Schaden Die Schaden Die Schaden Die Schaden Every Mal Hast du nicht Schön Das sind die Schaden Die Schaden Die Schaden Die Schaden Die Schaden Daun... Daun... So. Nice. Ja, ich muss jetzt ganz kurz hier oben durchballern. Wir haben eine Daumen gekriegt. Ja, ich muss jetzt hier oben durchbauen. Wir müssen die Mega Creeps irgendwie wegkriegen. 2-9 brauche ich. Ja, ich überlege gerade, ob ich mir jetzt wirklich das Item hole. Da dürfen halt keine Fehler passieren. Weg, 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 weg! Ja. Ja, ich glaube das war's. Weg, 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 weg! Übelst Damage eingekriegt. Dein Agent ist unter Attack. Nein! GG, was ein Game. Waren uns leider überlegen. Schade. Hoffentlich morgen wieder ein Sieg. Hinterlasst mir ein paar Kommentare zum Gameplay mit dem Bloodseeker. Und dann freue ich mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dann, ciao!